ist so ein kotz der wird kotzen aller der wird richtig kotzen diese campersau das sind noch so das sind noch so typische fehler die man noch macht sich wegdrehen und versuchen wegzulaufen statt knifft er hoch und feuerfrei er hatte ja den druck auf seiner seite durch die granate das hat ihn nicht gejuckt das muss ihn noch zerrissen haben ich kann es mir gar nicht anders vorstellen das kann gar nicht anders gewesen sein ich habe eigentlich keinen bock hier um ostflüge reinzugehen du gehst schon weg tober dann in schicht einer guten nach dann in schicht man 306 hier im schrank канал hier im schrank hier im schrank hier im schrank jetzt ich drehe ja ich fühlte mich leicht veralbert deswegen packe ich meistens alles von hand rein hier 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 Ja. Ich muss die Flash rausschmeißen und mich dann hinterher stürzen, wie von der Randel gestochen. Ich muss die Flash rausschmeißen. Mist, ich habe nicht die Flasche geschmissen. Ist das so ein Rotz? Ich habe nicht die Flasche geschmissen. Holzschrank. Oder ist der auch schon hinüber? Das waren doch zwei, Alter. Oh. Ich habe nicht die Flasche geschmissen. Ich habe nicht die Flasche geschmissen. Lass mir ihm sein Swix. Ja, frag mich, wo da ein Rennen ist. Ich schmeiß dir die Granaten wie so'n Blödmann. Er hat sich schon längst verpisst. Das machen wir auch. Pass to Shoreline, ruft. Äh, to Lighthouse. Von Watt, leicht von Watt. Der arme Monkey. Oh, ein Bear. Scheiße, es reicht nicht. Darf ich drei von fünf Plaketten? Doctex, meine ich. Gut, die Quest hält ja noch eine Weile bis morgen. Was leuchtet denn da hinten? So, ist wie so'n Diskostrahler. Okay? Let Bosch. Und da hinten. Wie so'n Schritt. Das war's für heute. Der wird kotzen alle. Der wird richtig kotzen. Camper, diese Camper-Sau. Ach, komm hier den ganzen Scheiß weg. Stimmt gute Munition haben. Stimmt. 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 Der wird richtig kotzen, Mann. Ok, Munition hält sich in Grenzen. Ich war mir wieder nicht sicher, ob es ein Schuss war oder ein Step. So, und dann kam die Bestätigung. Oh, Skeff. Wo ist er hin? Ja, und. Und dann kam die Bestätigung. Und dann kam die Bestätigung. So macht der Matze seinen Loot mit billigem Schrott. Und dann holen sich die fetten Knarren ab. Und dann kam die Bestätigung. Und dann kam die Bestätigung. Und dann kam die Bestätigung. Und dann kam die Bestätigung.